Jetzt zeige ich euch unsere neuste Unterkunft hier in Ubud, damit ihr mal einen Überblick habt, was man so für Unterkünfte hat. Also hier einmal unser privater Pool, dann haben wir hier eine schöne Essecke, wo man auch kochen kann, aber wer kocht in Asien schon, gibt man besser essen. Hier haben wir am Babboja, macht gerade Business, kauft gerade neue Aktien und dann haben wir hier einmal den Springbrunnen, dann besuchen wir mal Martina. Hier, hier, hier geht's hoch, hier geht's hoch, hier geht's hoch, hier geht's hoch. Wir haben das obere Zimmer genommen, weil der Benni eher so der Poolboy ist, der hüpft gerne im Pool nachts und wir sind da eher so die, die schlafen. Hier, das ist unser Zimmer, hier schönes Bett, wir haben einen schönen Balkon, wichtig Ausblick, macht viel aus, ne? Dann hier der Balkon, ein Blick auf den Pool, kann man Benni in der Nacht noch Baden beobachten und Blick auf die Reisfelder. Und so eine Villa kostet jetzt hier um die 94 Euro die Nacht, für drei Personen, also für jeden 33 Euro. Aber dafür hat man hier ein schönes Plätzchen und ein paar Tage zu verweilen. Hallo und Servus aus Ubud. Wir sind heute in der eher tropischen Hauptstadt von Bali. Also es ist nicht die Hauptstadt, aber es ist die größte Stadt hier im Wald. Das hier ist unsere nette Hütte, wo wir untergekommen sind. Heute gibt's in den Sacred Monkey Forest den Affenwald. Der ist ja bekannt dafür, dass es hier neben richtig schönen großen Bäumen auch sehr viele Makaken gibt, die man vor Ort auch füttern kann. Ich persönlich bin ja überhaupt kein Fan von Makaken. Ich hoffe einfach, dass wir alle ohne Bissverletzungen wieder rauskommen, weil das ist einfach... Wir sind so aggro. Aber okay, das geben wir uns jetzt mal. Benni sieht's zum ersten Mal, wir waren vor ein paar Jahren schon mal da. Euch nehmen wir heute auch zum ersten Mal mit. Typisch für Indonesien ist auch hier in Ubud der Gehweg eine gewisse Herausforderung. Hier gilt stets erst gucken, dann laufen, weil im Zweifelsfall ist man sonst weg. Und das ist jetzt hier keine Besonderheit, das ist hier alle paar hundert Meter. Das ist nicht so eine Fußgängerstadt. Also nochmal der Hinweis für Rollstuhlfahrer nicht geeignet. Für Fußgänger eigentlich auch nicht. Das ist jetzt mal so eine Straße in Ubud. Der Verkehr ist schon wieder herzlich viel, wie überall. Und es gibt anscheinend nicht so richtig Verkehrsregeln. Zumindest haben wir noch nicht so ganz durchgestiegen, wer hier so Vorfahrt hat und wer wann und warum fährt. Wobei man definitiv sagen muss, dass hier deutlich weniger los ist als beispielsweise in Cota und Seminyak. Das ist jetzt eine etwas touristischere Straße. Gut zu erkennen an den vielen Boutiquen und Cafés. Da hat man halt dann das Bani, wie man es vielleicht aus Reportagen kennt. Oder wie man es auch in der einen oder anderen Hochglanzbroschüre sieht. Wie ihr seht, haben wir es endlich geschafft. Nach drei Kilometer von der Unterkunft, durch Zahlese, Stolperfallen, sind wir endlich am Monkey Forest in Ubud angekommen. Jetzt geht es nur noch die Straße runter und dann sind wir auch da. Und dann back to the roots, ab zu den Affen. Ich glaube halt, hier ist nichts los jetzt. Da gibt es die Tickets. Ich habe die Tickets schon. Aha. Ja, Martina hat die Tickets schon. 240.000 indonesische Rupiah, also 80.000 pro Person. Das sind um die 5,50 bis 6 Euro. Kostet der Eintritt. Jetzt gehen wir rein. Hier steht noch eine Warentafel, wie man sich bei Affen verhalten soll. Do not panic, do not run, do not look the monkeys in the eye, do not hide any food, do not bring any kind of plastic paper back. Also, die allgemeinen Regeln, wenn man sich Tieren in der Natur nähert. Please do not panic. Martina, wozu neigst du immer? Jetzt geht es gleich in den Eingang in Monkey Forest. Schaut irgendwie aus wie bei Mogi, ne? Was natürlich in Monkey Forest gibt, sind Monkeys. Das Geheimnis des Affenwaldes ist, dass die Affen hier einfach gefüttert werden. Und deswegen gibt es hier Affen. Da drüben randeliert gerade einer, der schmeißt gerade seine Baumstämme um. Das ist ein Agroaffe. Eigentlich ist es ein ganz normaler Wald. Und durch die Fütterung haben sich hier halt einfach viele Affen angesiedelt, die jetzt den Sacred Monkey Forest, den U-Boot, ihr eigener nennen. Hier sitzt die Affengang. Und chillt. Da vorne frisst einer. Überall Affen. Vorsicht, der klaut doch die Brille. Der sieht sich selber. Das ist übrigens der Doni. Geht, Doni? Ja, wir haben einfach so ein Setzigungsgefühl. Für alle, die übrigens keine Affenerfahrung haben. Wir kennen jetzt mittlerweile schon fünf oder sechs oder sieben, acht Affenarten, die wir jetzt schon kennengelernt haben. Und jeder Affe ist irgendwie anders. Das ist wie bei uns Menschen. Irgendwie ist jeder anders. Und so sind die Affen auch. Wichtig bei den Langschwanzmakaken, die hier im U-Boot Monkey Forest leben, ruhig bleiben. Nicht in die Augen gucken und möglichst nicht provozieren. Also nicht so tun, als ob ihr Essen habt. Weil wenn ihr keines habt, dann wollen die trotzdem das essen. Und wenn man keines hat, ist das halt ein bisschen doof. Also die haben böse Beißelchen. Die sind Kannivor. Also sie essen Gemüse, aber auch Fleisch. Werden sogar teilweise kannibalisch. Die sollen jetzt endlich mal pimpern. Ich möchte davon ein Boomerang-Video für Instagram. Hast du das gerade schon gemacht? Ja, aber ich war zu langsam. Das beste Boomerang-Video, das ist heute die Challenge. Rammelnde Affen. Der wird sich jetzt seine Königsjubilen kraulen lassen. Oder einen Blowjob. Ich weiß nicht so ganz recht. Er kriegt einen Blowjob. Ich geh mal näher hin, damit man das sieht. Jetzt gehen wir noch den Fußweg direkt in den Wald und zur Quelle runter. Abseits der ganzen Selfie-wütigen Monkey-Fans. Das ist die Brücke und der Teil des Sacred Monkey Forest, der wahrscheinlich bekanntest ist. Die Brücke mit den alten Ficus-Bäumen. Richtig toll. Und der wild gewordenen Affen, die Martina fasst. Martina, wie fühlst du dich als wahrgewordene Brücke? Okay. 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 Jetzt gehen wir über diese Brücke, die ich euch vorher gezeigt habe. Rüber. Durch die Ficus-Wurzeln. Vorbei an riesigen Menschenmassen. Es ist echt viel los hier. Dass wir 2016 hier waren, war auch noch weniger los. So, wir sind am Ende unserer Tour durch den Affenwald. Landschaftlich finde ich ihn total toll. Vor allem diese alten Ficus-Bäume, wo die Wurzeln runterhängen. Super schön. Mit den Affen. Tolle Tiere, faszinierende Tiere. Allerdings mir kudeln sie jetzt mal, wenn so viele an mir vorbeitunen. Die haben einfach wahnsinnige Zähne. Wie fühlst du hin? Oh, okay. Hier kommt einer, der eine verletzte Futter hat. Ich bin so ganz fit. Tolle Tiere, aber kein Respekt vor Menschen. Teilweise echt aufdringlich. Teilweise weiß man auch nicht, was tut man. Und das tut man nicht, um sie nicht zu reizen. Deswegen, mir ist es schon fast ein bisschen nah. Ja. Aber das muss ich, glaube ich, hier. Das ist ein bisschen schade. Ja, das kann ich noch. Ja. 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 Ja.